Aus der Textbibel von 1906 Jakobus Brief Jakobus, Gottes und des Herrn Jesus Christus Knecht, an die zwölf Stämme in der Diaspora seien Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, in der Erkenntnis, dass eure Glaubensprobe Ausdauer wirkt. Die Ausdauer aber soll es zum vollendeten Werk bringen, dass ihr vollkommen seid und ohne Fehl in nichts zurück. Wenn aber einer von euch an Weisheit zurück ist, so bitte er bei Gott, welcher allen gibt ohne weiteres und nichts vorhält, so wird es ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und ohne Zweifel. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswelle, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch meine doch nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ein Mann mit geteilter Seele, unbeständig in all seinen Wegen. Es rühme sich aber der niedrige Bruder über seine Höhe, der reiche aber über seine Niedrigkeit, weil er wie die Blume des Grases vergehen wird. Denn die Sonne ging auf mit ihrer Glut und verdorrte das Gras und seine Blume fiel aus und ihr liebliches Ansehen war dahin. So wird auch der Reiche auf seinen Wegen verwelken. Selig der Mann, der Versuchung erduldet, denn wenn er bewährt ward, wird er den Kranz des Lebens empfangen, den er verheißen hat denen, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott aus versucht, denn für Gott gibt es keine Versuchung zum Bösen, er versucht keinen. Vielmehr wird jeder so versucht, dass er von seiner eigenen Lust hingezogen und gelockt wird. Dann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollbracht ist, gebiert Tod. Lasset euch nicht täuschen, meine teuren Brüder. Alles, was gute Gabe und vollkommenes Geschenk ist, ist von oben her. Es kommt herab vom Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung statt hat, noch ein Schatten von Wandel. Er hat es gewollt und hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Dass wir seien eine Art Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen. Ihr wisst es, meine geliebten Brüder, es sei jeder Mensch rasch zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorne. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum leget allen Schmutz und Auswuchs von Bosheit ab und nehmet in Sanftmut das echte Wort an, das eure Seelen erretten kann. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, euch selbst zu betrügen. Denn wenn einer Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Antlitz im Spiegel betrachtet. Er betrachtete sich und ging hin und vergaß alsbald, wie er war. Wer aber hineingesehen hat in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei blieb, wer nicht ein vergesslicher Hörer war, sondern ein wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn einer meint, fromm zu sein, und zügelt seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, dessen Frömmigkeit ist umsonst. Reine Frömmigkeit, fleckenlose vor Gott dem Vater ist das, nach den Weisen und Witwensehnen ihrer Trübsal, sich selbst frei halten vom Schmutz der Welt. Meine Brüder, pflege des Glaubens an unseren Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus nicht unter Menschenrücksichten. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann tritt mit goldenen Ringen in prächtigem Gewand, es tritt aber auch ein Armer ein in schmutzigem Kleid, und ihr seht auf den, der das prächtige Kleid trägt, und saget, Setze du dich bequem hierher, und zu dem Armen saget ihr, Du kannst dort stehen oder dich unter meinen Schemel setzen. Habt ihr damit nicht die Richtschnur verloren und richtet nach schlechten Gründen? Hört, meine teuren Brüder, hat nicht Gott die Armen nach der Welt erwählt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches, welches er verheißen hat denen, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen und wiederum sie, die euch vor die Gerichtshöfe ziehen? Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, nach welchem ihr benannt seid? Ja, doch, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber Menschenrücksicht pflegt, so schafft ihr Sünde, vom Gesetz als Übertreter erwiesen. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Stücke fehlt, der ist es ganz schuldig geworden. Denn der, der sprach, Du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, Du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht Ehe brichst, tötest aber, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. So redet und so handelt wie Leute, welche durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit tut. Barmherzigkeit darf herabsehen auf das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn einer behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke hat? Kann ihn denn der Glaube erretten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester da sind in Blöße und Mangel der täglichen Nahrung, es sagt aber einer von euch zu ihnen, Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht des Leibes Notdurft. Was nützt das? So auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot für sich selbst. Da kann einer sagen, Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige du mir dein Glauben ohne die Werke und ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist? Du tust recht daran, auch die Dämonen glauben es und schaudern. Willst du aber erkennen, du hohler Mensch, dass der Glaube ohne Werke unnütz ist? Ist unser Vater Abraham nicht aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar da brachte? Da siehst du, dass der Glaube zu seinen Werken mithalf und aus den Werken heraus der Glaube vollendet ward. So war die Schrift erfüllt, die da sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ebenso die Rahab, die Dürne, ist sie nicht aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg fortschaffte? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Tretet nicht so zahlreich als Lehrer auf, meine Brüder. Ihr wisset, wir haben nur größere Verantwortung. Denn wir fehlen allesamt in vielem. Wenn einer im Worte nicht fehlt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir den Pferden die Zügel in den Mund legen, um sie uns folgend zu machen, so führen wir ihren ganzen Körper mit. Siehe, auch die Schiffe, wie groß sie sind, wie sie von rauen Winden getrieben werden, so werden sie doch von einem kleinen Steuerruder gelenkt, wohin der Druck des Lenkers will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und auch Großes kann sie von sich sagen. Siehe, wie klein das Feuer, wie groß der Wald, den es anzündet. So ist auch die Zunge ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit stellt sich die Zunge dar unter den Gliedern. Sie, die den ganzen Leib ansteckt, das kreisende Leben entzündet, selbst entzündet von der Hölle. Denn die Natur aller Tiere und Vögel, Schlangen und Seetiere wird gezähmt und ist gezähmt durch die Menschliche. Aber die Zunge vermag kein Mensch zu zähmen, dies übel ohne Ruhe, voll todbringenden Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach Gottesbild geworden sind. Aus demselben Munde geht Segen und Fluch. Es soll nicht, meine Brüder, also sein. Sprudelt denn die Quelle aus einer Mündung süß und bitter? Kann denn, meine Brüder, der Feigenbaum Oliven geben? Oder der Weinstock Feigen? Noch vermag die Salzquelle süßes Wasser zu geben. Wer ist unter euch weise und einsichtsvoll? Er zeige an seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Hader in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wieder die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Hader ist, da ist nichts verlässig und lauter Schlechtigkeit. Die Weisheit von oben aber ist fürs erste Keusch, dann friedfertig, nachgiebig, folgsam, voll Erbarmen und guter Früchte, ohne Zweifel, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden ausgesät bei denen, welche Frieden halten. Woher sind unter euch Kämpfe und Streitigkeiten? Nicht daher, dass eure Lüste streiten in euren Gliedern? Ihr begehrt und besitzt nicht, ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und habt es nicht, weil ihr nicht betet. Ihr betet und bekommt es nicht, weil ihr sträflich betet, um in euren Lüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecherische, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also der Welt Freund sein will, macht sich zu Gottes Feind. Oder meint ihr, die Schrift spreche für nichts? Eifersüchtig ist die Zuneigung des Geistes, den er in uns hat Wohnung machen lassen, um so größere Gnade aber gibt er. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hoffertigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerfet euch denn Gott. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Machet rein die Hände, ihr Sünder, und keuscht die Herzen, ihr Unlautere. Fühlet euer Elend und trauert mit Tränen. Euer Lachen verkehre sich in Leid und eure Freude in Betrübnis. Demütiget euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Lästert einander nicht, Brüder. Wer einen Bruder lästert oder seinen Bruder richtet, der lästert das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht Täter, sondern Richter des Gesetzes. Einer ist, der Gesetzgeber und Richter ist, der da kann retten und verderben. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Wohl an nun, die ihr da saget. Heute oder morgen wollen wir in diese Stadt gehen, da ein Jahr verbringen, Geschäfte treiben und Gewinn machen. Die ihr doch nicht wisset, was es morgen mit eurem Leben sein wird. Dunst seid ihr, der nach kurzem Schein nicht mehr erscheint, statt dass ihr saget, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber überhebt ihr euch mit eurem Prahlereien, all solches Überheben ist vom Übel. Wer nun weiß recht zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Wohl an nun, ihr Reichen, weinet mit Wehklagen über die Trübsale, die euch bevorstehen. Euer Reichtum ist vermodert, eure Kleider sind Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet und sein Rost wird zum Zeugnis für euch und frisst euer Fleisch. Wie zum Feuer habt ihr Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die auf euren Feldern geschnitten, um welchen ihr sie gebracht, schreit auf und das Rufen der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Sabaos gedrungen. Ihr habt geschwägt und geprasst auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt verurteilt und getötet den Gerechten, er widersetzt sich euch nicht, so haret nun in Geduld, Brüder, auf die Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer erwartet die kostbare Frucht der Erde, indem er in Geduld über ihr hart, bis sie Frühregen und Spätregen bekomme. Haret auch ihr in Geduld, machet eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn ist nah. Seufzet nicht, Brüder, wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Türe, Nehmt euch, Brüder, die Propheten zum Vorbild im Leiden und Dulden, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig die Ausgehahrt, von Hiobs Ausharren habt ihr gehört und das Ende vom Herrn gesehen, denn mitleidsvoll ist der Herr und barmherzig. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch irgendeinen anderen Schwur. Euer Ja sei Ja und euer Nein sei Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallet. Leidet einer unter euch, der bete, ist einer wohlgemutet, der singe Psalme. Ist einer krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde, die sollen über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. So wird das Gebet des Glaubens dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, so wird ihm vergeben werden. So bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander, auf das ihr geheilt werdet, denn viel vermag eines gerechten kräftiges Gebet. Elias war ein Mensch von gleicher Art wie wir und flehte, dass es nicht regne und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und abermals betete er und der Himmel gab Regen und die Erde sproste ihre Frucht. Meine Brüder, wenn einer unter euch sich von der Wahrheit verirrt und es bekehrt ihn einer, wisset, dass wer einen Sünder bekehrt hat vom Irrtum seines Weges, der wird seine Seele retten vom Tod und bedecken eine Menge von Sünden. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind, alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68, beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit. Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5, beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und reiche es an deine Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite fibelzeit.de einfach auf dem Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Horch, neue, heitere Jugend! Wegen eurer tierischen Verbildung ist euer Dasein eine ewige Qual, denn ihr bereitet einander Herzeleid. Nicht ohne Grund heißt es in Jesaja Kapitel 48, Vers 22, für die Bösen aber gibt es kein Frieden. Deswegen legt eure verderbliche Bildung ab und nehmt ewige Bildung an, um Frieden zu finden. Blödsinn! Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de b Vielen Dank.